Brötchen, Brot, Kuchen oder Torten. Die Bäckerei Horn bietet köstliche Gaumenfreuden von herzhaft bis süß. In unseren beiden Fialen in Ampen und Soest stellen wir alle Backwaren täglich frisch nach bewährten Familienrezepten her. Backen ist unsere Leidenschaft und das schon länger als drei Jahrzehnte. Unsere Backwaren stärken Sie den ganzen Tag über und versorgen Sie mit wichtigen Nährstoffen. Vom Frühstück bis zum Abendbrot. So bieten wir zum Beispiel viele verschiedene Brötchensorten, Brotvariationen und alles für den süßen Genuss an. Die Cafés in unseren Fialen laden zum entspannten Frühstück und Kaffeetrinken ein. In gemütlicher Atmosphäre servieren wir täglich frische Backwaren aus unserem Sortiment. Ein reichhaltiges Frühstück nach Ihren Vorstellungen oder das gemütliche Beisammensein bei einer guten Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Hier können Sie sich zurücklehnen.